So Leute, jetzt willkommen zu einer weiteren Runde One for all Und heute spielen wir Komplett Full Ham Mit Soraka Wieso? Pass an Der Ausschnitt, was ist das? Was ist das? Wer geht mit wem auf die Lane? Max, machen wir mal Ok Top Lane Warte mal, was skill ich? Der W ist... Ich hab Soraka seit dem Remake nicht gespielt W ist Healen E ist dieses Silence-Feld Und Q ist das, was der mitmacht Soll ich Mitte oder unten? Mir ist Latten Ich geh Bot Ähm... Sag mal, Sonjas Wie schreib ich denn das? Mit Y oder was? Also sie hat einmal Was denn? Sternregel ist das Sternregel ist das Ok, und wenn die da trifft, dann kriegt sie... Dann heilt die sich Selber Ja, aber erst wenn du deine Wege skilltest Genau Wenn du deine W-Max Wenn du deine W-Max heilst du dich mit deinem Queue auch mehr Wo werde ich gebraucht? Ok, und der E ist der Silence, oder? Ja Und wenn da lange drinstehen, dann loot es auch noch Ok Und R ist halt Ulti für alle auf einmal, ne? Also für... Egal wo du... Oh, da kommt einer Echt? Ja Zwei sind da, Vorsicht Ich hab... Oh! Ich hab kein Heal Ich hab kein Heal, Max Ich hab kein Heal Komme Komme Ich hab W geskillt Go, 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 go Ok, auf den unteren Uiuiuiui Den Smack-Fack-Killer Hast du Slow? Oder was hast du? Ich hab Q Nice Ich nehm Ghost Muss er flashen vielleicht Müssen wir vielleicht flashen, Alter Loli, ist noch einer Da unten kommt noch einer Hier auf... Auf den Ok Wave ist da Hä, was ist das für ein Pfeil? Warum zackt der auf dich? Wenn du low bist, ist das passive Ach lol, das zieht mehr Leben ab Loli Das zieht Leben ab Da musst du aufpassen Wenn du nicht triffst Dann kostet dich das Leben Hä, ne, der W meine ich Der Q auch Ne, der Q kostet kein Leben Wenn du nicht triffst Wenn du keinen Keinen Typen triffst Dann kostet der auch Leben Nein Der voll schnell wächst Wie ganz ist das? Der kostet nur Mana Der Meldfeld ist ja voll nutzlos Hä, welche waren das dann? Der... Der Q Dein Heal kostet Leben Ja Ja Ja, der Heal für andere Genau Ja Geil, ich hab zum Beispiel keinen anderen mehr Ist ja kein Ding Ich... Du konntest wirklich aufs Last hitten Oh Gut Diamonds Oh Gott, wenn er mich einmal trifft Ne, 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 der kann nix machen Oh Ich hab auch keinen Nils Jetzt, jetzt kann ich mich heilen Guck, jetzt geht's dir wieder besser noch Ah ne, ich muss andere treffen, ne? Ey, ich bin komplett verwirrt noch Ich hab die halt echt nicht... Okay, warte Da Bam Ah, jetzt Okay, dann können wir jetzt retarded werden Ja, das ist, äh, doch unangenehm als ich dachte am Anfang Hast du noch ein Slow gleich? Slow ist der Q auch, ne? Ja genau Wir können uns mal schön umher Da fliegen die Bananen Wir können uns mal gegenseitig heilen Mit der W Genau Das kostet uns nämlich weniger Leben als, äh, wir uns wieder herstellen, wenn wir das machen Alter Ist ja komplett bescheuert Leute, habt ihr das mitbekommen? Was denn? Wenn ihr euch gegenseitig heilt, dann, äh, kostet euch die Fähigkeit weniger als ihr von dem Heal wieder bekommt Geil, ein Last Hit schon gemacht, also das Match kann anfangen Du musst mich mal nochmal heilen, bitte Ich, aber bin komplett verwirrt mit der Alten, Alter Oh nice Drift Ist doch komisch mit der Last Hit, weil die einfach kein Damage macht Ja Ja Das ist sehr unangenehm So wie Vladimir oder Elise Last Hit Nichts drauf Notfalls heilst du mich, ne? Oh, den kriegen wir, glaub ich Null Mana mehr Aber ich hab kein Mana Ich hab auch keinen Ghosts, das wurde Oh? Oh? Äh, du schätzt halt immer, dass ich AB bin Naja Für den Weg Hier Last Hit, so das Spiel kann anfangen Geil Sorry Futtern die sich hier unten wieder hoch? Ja, ja Oder, was ist das? Mach dir ja keinen Spaß Keinen Schaden machen und den wenigen, den du machst, den fressen sie sich wieder rein Okay Okay, also ich mag's dem weh, oder? Ne, würd ich nicht Ne, ne, ne Mit Q maxen Ja Wir müssen ja irgendwie Schaden machen Also nur Heile ich mich auf, wenn ich Minions treffe? Ne, nur Chams Ne, nur Chams Ich hab auch 7 Last Hits Aber wenig ist ja auch der AD Carry Ja, aber ich auch Ich hab 10 Also bin ich jetzt auch ein Meister Also bin ich jetzt auch ein Profi Oh, was ist mit denen? Warum kommen die auf einmal so her? Ich hab jetzt Ulti, falls wer low ist, ne? Brült Jo Hey, der eine ist grad mal unten Und bei uns ist Melford weg Der kommt zu mir wahrscheinlich Aber der hat ja noch nicht nur irgendeinen Level und der ist low Okay, dann ist er wahrscheinlich nur weg Er ist bei mir Ey, was hast du jetzt für ein Symbol über dir? Wenn du low bist, dann ist das eine passive Nein, nein, nein Wenn ich, wenn ich, wenn ein Hast du mich kann dahinten? Ja, ja Ja, wenn ein L bei dir bei dir ist, der low ist, dann bist du schneller, wenn du zu dir hinten läufst Und jetzt bist du wieder lower Ey, weißt du hier was? Was, was gut wäre vielleicht Also ich weiß es nicht Aber das könnten wir mal überlegen Wenn wir Mit dem Lastest haben wir ja so ein bisschen Probleme Aber was ist, wenn wir uns den Den Dolch holen Des Zauberdiebs Ne, oder? Ne, ist jetzt schon spät Ja klar, wir machen jedes Mal, wenn wir Schaden machen, kriegen wir Leben Äh, ein Gate dazu Ich hab die grad one way two'd hier Geil Jedes Mal, wenn wir Schaden machen an den Halt mal nochmal, Max Nice Oh Gott, ich will Jetzt wird das hier langsam Jetzt allmählich Jetzt allmählich, genau Jetzt, jetzt bluten sie allmählich Jetzt allmählich Oh Leute Ja, die haben jetzt halt ihre Potts aufgedraucht Die Banane Die Banane Vor allem, du kannst übel schnell wieder aus dem Tower rausrennen, wenn ich low bleib Du kannst einfach viel, damit du mal übelgeil diven, ja? Damit du auch schneller wirst Hä, der hier oben hat echt keinen Bock mehr, der Junge Der hat AP jetzt ein bisschen Der hat AP jetzt ein bisschen Ne, ist nicht Weiß, was wir gehen, oder? Warte, ich lass noch 200 haben Dann hab ich BF Okay Wie BF, Alter Wenn wir dran denken, wir können uns gegenseitig heilen Oder soll ich auf das Text bittieren? Nee Nee, na? Obwohl, ich würd, glaub ich auch gar nicht auf BF gehen Ich würd auf Blade Gerade gegen Malfight Und Ja, Blade wäre nicht schlecht Aber ihr habt ja nichts, was euren Eure Tech-Speed schaliert Ihr braucht ja AD um Schaden zu machen Nice Er kommt von der Seite, das dachte ich mir Ich hab gar keinen Flash, fällt mir gerade auf, außer wenn die ulten, hab ich ein Problem Ja Sideslip, ne? Ja, klar Ja Ich bin jetzt auch ziemlich Ja, ich geh mal kurz back und komm gleich wieder Ja David Ja, okay Ich bleib so lange, weil Du kannst auch, hast auch TP, oder? Ja Wollen wir gleichzeitig weg? Wollen wir mal weg hin und werden sofort wieder da Ja, okay So, okay Welch Schuhe wär noch nice gegen die Schuhe wär noch nice gegen die Schuhe wär noch nice gegen die Was soll ich denn kaufen, Jungs? Was soll ich denn kaufen, Jungs? Ja Ja So, ich hab auch Knall den Meiner mist, ne? Meiner ist weg Lord Shit Deiner ist miss, ist der level 6 Wir haben miss unten, aber die sind back gegangen, die sind beide weg Oh Was? Nein, die konnte ich nicht heilen, Max Hat wer Ult? Ult, 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 Ult Nochmal Ulti, 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 Ulti Ulti, 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 Ulti Nein, nein, nochmal Komm Dran, Jungs Pass auf Pass auf Sag, aber auch noch einer Achso Ja, aber jetzt musst du zu ihm machen Nice Easy Oh, dann hättest du noch weiter gehen müssen Oh, die haben auch Ulti jetzt Hätt ich, Hätt ich gedacht, ich hab das mal gekillt Ja ja, ihr müsst euch jetzt nur noch vorbereiten auf die Ultis Shit ey Aber das Gute ist, wenn sie immer nur nur ulten, können wir immer mit der Ult gegen halten Ja, aber die sind, wenn die 5 zu 5 drauflaufen, dann ist das echt unangenehm. Ja, man muss das echt flashen. Aber es ist halt schwer zu, na obwohl geht. Ja, ohne Flash ist es halt schwer. Ja. So. Heilen und Beschützung. Jetzt hat er sein Ma... Ach ne, es ist ein anderer, den ich jetzt in der Mitte hab. Warum weißt du das? Weil er andere Items hat. Das ist unserer. Das ist unserer. Oh fuck. Der geht auf den Redloft. Das, wir haben jetzt einen High-Level-Malford, oder? Ja. Hier und Arz. Und Swag-Fag-Killer haben wir beide. Das ist eine tödliche Kombo. Ja, da müssen wir aufpassen jetzt. Wir dürfen halt nicht aufeinander stehen, bei dem. Das ist das. Ja, okay, ich gehe ein bisschen zur Seite. Ja, dann haben die nur ein von uns, nicht beide. Wie oft können die den Ulti ungefähr machen? Alle anderen halben Minuten. Hast du ein Ward gerade? Ne, leider nicht. Last-Hit einfach nur, damit die... Fuck, fuck, fuck. Ult, ult, ult. Ich hab keinen Ult. Nein. Ich hab keinen Ult. 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 Hat noch wer der Ult? Ja. Ich hab grad. Noch einer Ult? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Jetzt. Ich juke ihn halt. Boah, scheiße, Alter. Der geht down. Banane. Banane, in Pyjamas. Ah, das hab ich mir gedacht, Alter. Kann wir Ulten? Kann wir Ulten? Heil mich, heil mich! Ich hab schon, ich hab schon. Noch mehr Heil gegen mich. Der war eigentlich down, der und der. Die Runde ist ein bisschen knackiger. Geil. Ey, wir müssen, wir müssen... Aber warum sei die Carries gefeiert? Leute. Ja, wenige dafür, dass ich dir einen ganzen Farm lasse? Hast du auch ein bisschen wenig, muss ich sagen. Ich bin High-Skilled. Ich glaube, es wäre tatsächlich sinnvoller, wenn wir auch nochmal durchwechseln die Lanes. Ja? Dann geh ich mal Botlin jetzt, ne? Okay, ja. Ich habe zwei in der Mitte. Was ist denn jetzt los? Ja, unten ist einer, misst einer, der ist quasi untergewechselt. Die wollen wahrscheinlich immer eine Double-Urge wechseln. Ja, ja, ich flash das gar kein Ding. Ey, du musst mich auch mal heilen, Junge. Geh doch. Ja, da bin zwei, damit ist ein Hesse, ich kriege einen doppelten Heel von meiner Q, geil. Wieso kriegst du immer so viel Damage ein? Oh, die wollen mich, die wollen mich bumsen, Leute. Die wollen mich richtig bumsen. Lass das nicht zu! Hat wer Ult? Ja. Der ist fast down jetzt. Ich habe keinen, leider. Ich habe schon. Geil. Noch wer? Hat noch wer Ult? Ich habe keinen mehr, keinen mehr. Nein, ich habe keinen mehr. Egal, ich mache den einfach. Ist gar kein Ding. Pass auf. Ja. Oh man, der ist gejukt. Und der wird heal mich immer mal, ne? Das will ich auf mich bringen. Lol, der Melford hat Hydra. Lol. Was habe ich? Der Melford hat Hydra. Das Altern. Oh! Schade. Ja. Eine Ult hier, ey. Der hat mich runtergezogen. Ja, die Ultis ist halt echt eklig bei denen, muss ich sagen. Oh Gott. Äh. Das ist gar nicht so. Heal, Ulti, Ulti, Heal. Ah. Ja, ich habe ihn. So, was holt ihr euch jetzt als andere Items? Majais. Sonja würde ich auch sagen. Falls ihr keinen Flash-Up habt, damit ihr die Ulti sonnen könnt. Sonja ist auf jeden Fall. So, jetzt habe ich Ulti wieder. Oh, die wollen, die wollen, die wollen, David. Die wollen, die wollen. Ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich habe Ulti ab für euch, falls etwas passiert. Okay, dann können wir eh. Ich hab auch gebildet. Geht hemm! Schlitz. Die Schlitz-Banane, Junge. Wir müssen nicht aufpassen, dass da keiner kommt. Ich warte mal den Drake. Da bin ich wieder ult, Leute. Ich auch. Warte mal hier. Warum wird hier kein Name angezeigt? Das ist ja dumm. So. Die wollen, die wollen, die wollen. Wir haben zwei Ulti sogar. Alles ready. Oh, jetzt vielleicht? Was ist los, Jungs? Sind sich nicht sicher, glaube ich. Die wissen, was Phase ist hier. Die wissen, was ihnen blüht. Wie gesagt, Ult ist ab. Jetzt. Jetzt. Hier, Top-Lane sind die Ults raus. Ich hab noch eine Ult. Die knitten halt richtig. Ja, dann mach doch. Alter, 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 Alter. Hättest du eher machen müssen. Die haben unten schon den Gage gehabt. Ich hab irgendwie nur auf uns oben geachtet. Alter, hier, episches Battle in der Mitte. Ja, okay. Eieieieiei. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Ich glaub, ich muss ja hintipieren. Gehst du Berg oder was? Nee, nee, ich warte nur. Wo werde ich gebraucht? Also mit Q wecknallen die Leute. Langsam aber auch genug AP, um die Waves einfach zu verlieren. Definitiv. Nur das Mana-Problem existiert nach wie vor so ein bisschen. So, es geht. Wir sind aufeinander gewesen. Ulti! Das war der Fehler. Wir waren aufeinander. Ich hab sogar noch Flash gedrückt. Aber das ist so schnell immer. Muss ja so schnell reagieren, ey. Die können immer so easy wegrennen. Die bauen noch unterschiedlich. Ja, die sind ein bisschen mehr Tryhard. Ich kann auch nicht porten, leider. Ich kann auch nicht porten, leider. Die Tower verlieren wir. Will den der abweserlaken den Blue haben? Ja. Komm gleich. Das ist ja fast schon infinitiv. Die ganze Welt im Gleisgewicht. Merci. Sauber. Wir haben wieder zwei Melfelds Bot. Das sind wieder zwei andere. Die wechseln die ganze Zeit. Ich hab gleich eine Mid-Tower und dann roame ich eine Runde. Wieso eigentlich mal fällt das wirklich schneller runter? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir müssen eigentlich mal die boarden und die mal Teamfighten. Pass auf, alle Miss-Kutscher. Ja, ich will nur die Tower noch, dann hau ich ab hier. Da kommen zwei von Bord wahrscheinlich mit da. Okay, das werde ich wahrscheinlich mit meinem Leben jetzt bezahlen hier. Ne, die sind beide noch da. Alles gut. Ja, jetzt gehen sie weg. Ja, ich hab Ult. Warte, ich prob vielleicht noch eine. Ne, passt. Wir kommen dir entgegen. Okay, jetzt bin ich am Arsch. Keiner los. Mach keine raus. Jetzt drauf, 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 drauf. Oh, krass. Die haben keine Ulti mehr. Drauf, drauf, drauf. Hier mich. Oh, da kommt noch einer, was? Die haben Morelos, die ficken uns damit übel. Ja, die passen ihre Itemwilds genau an. Und die haben auch Anti-Heal. Irgendeiner von denen hat auch Anti-Heal-Scheiße. Ja, Morelos. Dammit Jungs, was machen wir denn? Ernst, ich hab Angst. Wir brauchen Rileys, auf jeden Fall. Dann sind wir nämlich Tanki. Aber wenn ich, ich meine, das dauert so lange, bis ich endlich Sonjas kriege. Ja, ja. Ja, lieber Rileys wohl, ja. Echt? Ja, dann hast du, bist halt Tanki, ne? Ja, das Problem ist halt, dass wir zu schnell... Wir brauchen eine Spirit Visage. Increases all healing received by 50%. Das brauchen wir. Jeder sollte das bauen. Ja, und mehr Team Rises. Und eine Bistle Scepter. Ja, das ist der To-Go-Build. Ey, also, ich hab jetzt gemaxstes Q. Es macht halt null Damage bei denen, ne? Es ist halt... Ja, noch, weil wir keinen AP haben. Okay. Aber du kriegst die auch nicht zusammen. Dann machen wir einfach Team Fights. Wir müssen jetzt einfach alles auf die Drachen schon. Im Drachen gemacht. Ist ja auch worden. Ich hab gar kein Trinket. Geil. Komm mal noch an die Mitte. Ja, wenn ihr jetzt alle wollen, wenn ihr alle von nicht gruben. Ne, wir wissen dürfen... Genau, wir dürfen nicht aufeinander stehen, sondern immer schön alle. Erknallt ihr ruhig mal ein bisschen hier mit den Q's in den Arsch. Dann hagelt's richtig Gewitter hier. Oh, der Red ist von denen jetzt ab. Und dran denken, die E silenced die, dann könnt die keine Ulti machen. Ja. Wenn die auf euch zulaufen, dann alle die E hinlegen. Oh, hier sind wir gerade gegroupt, Leute. Pass auf, ich mach da noch den Red. Ja, genau, das versucht er jetzt. Ulti. Passiert nichts, passiert nichts. Hielt mich, hielt mich. Ich komm hier runter, ich komm hier runter. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Leute. Der Meldfeld hier unten. Ja, was sollen wir noch machen? Heal euch gegenseitig, heal euch gegenseitig, ja. Einer ist weg. Schau, die haben noch mehr. Hull, die haben noch Hull. Boah, krass, 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 krass. Juhu, da kriegen wir richtig auf die Schnauze. Max, heal, heal, heal. Heal mich nochmal. Oh, Leuch. Alles versucht. Gritten ist halt so weg. Die sind schon zu ahead und die können halt ihre Builds easy anpassen. Du siehst es aber in ihren Builds, die haben sich genau aufgeteilt, was sie kaufen. Einer AD, zwei Abyssel, Höhenzepter, zwei Morello. Die sind richtige Tryhards. Ja, aber übel, Alter. Trotzdem, das kriegen wir hin, easy. Easy. Bin halt einfach gestorben, leider. Ich hab eigentlich einiges an Damage. Vorsicht, da kommt einer von der Seite. Ja, der kommt ja nicht. Ich geh da jetzt rein. Habt ihr verstanden? Bin der Barmax. Der weiß nicht, wohin soll. Der hat Angst. Die Loh. Deswegen. Drauf! 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 Jungs! Hier hab ich! Alter, was? Ich hab dich gehealt. Guck mal wie schnell wir platzen. Jetzt sind die weg. Die sind jetzt zu ahead, Alter. Scheiße. Vor allem das Ding ist, mit einer Soraka willst du halt die Kämpfe lang gestalten. Ja, genau, das stimmt. Und ein bisschen länger aushalten. Und Malfight kann halt einfach ulten. Je tankiger die Soraka wird, desto mehr kostet ihr auch ihr Heal zum Beispiel und so, ne? Ich wollte jetzt eigentlich nicht mit Soraka hier in so ne Tri-Hud-Runde einsteigen, Alter. Die sind echt übel drauf. Ich meine, one for all hat er jetzt ein Rank-System. Klingt doch wohl als ein eigener Visius. Einer muss Top-Lane. Ja, ich mach, ich mach. Für den geilen Farben. Ja, pass auf, der Ener will schon wieder. Das Problem ist halt auch, diese eine, die ist zwar geil für den Teamfight, wenn alle auf der Stelle stehen, aber die ist halt so langsam, diese Banane, die kommt so langsam runter. Die Banane kommt runter? Der Sterne. Naja, diese Q-Fähigkeit, die dauert halt ewig, bis die... Ja, es kommt drauf an, wie nah dran du stehst, oder? Ne, ob es mittig getrifft oder im außenen Rahmen. Die haben alle Zeit rauszulaufen, da aus dem Ding. Was? Wir müssen den Silence richtig setzen, da die ganze Zeit gegenseitig healen. Alter, wie die uns weg waren. Ich konnte nicht mal meinen Ulti zünden, ey. Oh, Wahnsinn. Ja, röllern die. Bisschen. Mitte ist schon wieder alles frei. Da ist quasi... Mitte ist schon wieder gut Glück. Gehen doch krass auf Magierresistenz. Das sind so ne Tri-Hards. Unglaublich. Schreibt immer einer, dass sie uns jetzt unseren Spaß lassen wollen. Außerdem haben wir eine Aufnahme. Lord, hat noch einen Ult? Ja. Wtf? Wer ist jetzt gejoint? Ich? Ich bin irgendwie aus dem Channel rausgeworfen worden. Hä? Okay. Au, magst du links da sehr gefährlich. Äh, ist alles safe hier. Äh, eine Ulti und du bist nicht mehr safe. Werner, bitte wartet schon einer vom Tower. Ich ist weg, Alter. Gleich ist einfach weg. Nee, nee, ich hab Flash im Anschlag. Ich hab schon halb reingedrückt, ne? Ja. Komm, holt mich. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Achtet nicht. Von hinten kommt einer. Ja, hinten. Guckt, der ist ein Silence. Das kann nix machen. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Nein. Ulti. Ulti. Oh Gott. Ah. Ja. Wir haben einen. Wir haben einen einzigen. Als ob der damit alle drei getroffen hat. Was ist das denn für eine Hitbox, Alter? Geil, die zwei Nubis sind noch unterwegs. Alter, Wahnsinn. Wahnsinn. Hau ab da, hau ab da. Da kriegt er die Erdstelle ab, ey. Ich mach dich weg, du. Ja, boah, jetzt kommt da noch einer rein. Die sind voll tryhardig. Ja, komm, mach mal Ulti, wenn du gesided bist. Oh Gott. Er will. Er will. Ciao, David. Ach, da passiert. Wow. Warte mal, wie der hier an die Richtung geguckt hat, hast du das gesehen? Der Drabbadon. Wir müssen jetzt einfach Helms Klamm machen. Dicht. Warte, warte. Ja, 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 ja. Schön, schön. Danke, danke. Bitte, bitte. Wir müssen versuchen die Silences so zu setzen, dass die dann nicht mehr rauskommen. Weil das dauert jetzt halt, bis das zumacht. Ja, aber das ist so langsam. Ja, wenn wir die so setzen, dass das so eine riesige Fläche ist. Ich hätte das halt nicht gemaxzt, das ist das Problem. Wir müssen jetzt auch mal ein bisschen wohnen, als wir wissen, was abgeht. Sagt der, der jetzt erst einen Trinket gekauft hat. Aha. So, top lane. Wir machen schon Schaden. Wenn wir die Kuh treffen, dann macht das schon auch Aua. Aber... Wir müssen die routen mit dem Silences. Also das wird jetzt so ein Rout. Oh, der wartet. Der will da, der will da hoch. Warte, wir fesseln jetzt und dann schnappen wir hier. Oh, wir sind zu zweit. Achtung. Das sind ganz viele. Noch einer. Wie lang das fliegt auf Max Range. Nicht zusammenstehen. Ja, die böllern jetzt alle rein. Und heal euch die ganze Zeit im Fight, ne? Ja. Nicht vergessen. Immer healen. Ja. Ja, die wollen jetzt richtig siege'n. Ja. So, in Thailand rein. Da kommen die von hinten. Ja. Deft. Ja, so lässt sich aushalten, Jungs. Was ne Belagerung, ey. LoL! LoL! So, ich hab auch gleich Ulti wieder ab. Okay, wir müssen einfach nur das Spiel in die Länge ziehen. Wir skalieren besser. Ja, jetzt sind sie weg. Die Spirits. Nee, die trappen. Machen die Baron? Machen die Baron? Nein, nein. Da, da, da. Pass auf. Wie viele Ults haben die benutzt? Hier, hier, hier. Zwei, oder? Da macht den! Alles drauf! Ja! Oh, shit! Oh, Gott! Alter! Alter, jetzt mach der nächste. Das ist das Alpha-Tier, Alter. Der hat 200 AP. Oh, echt? Nicht gerufen, nicht gerufen. Ja, und auf die Wave hier ballern. Sehr schön. Aua. Haben wir jetzt einer gesplittet? Verzweifeln langsam, man merkt's. Ja, die, die wissen nicht mal weiter. Ist wie ne Wand hier. Auf. So. Gehen die mit, da? So. Busch die im Topland hinten mal ein bisschen raus, hier. Ja, wir brauchen hier unbedingt auch Vision. Kauf mal Ward. Elegant. Die werden aber die ganze Drake machen jetzt, ne? Das ist das Problem. Können wir nix gegen machen auch. Ja, aber... Dann... Guck mal, eh die fünf Drakes zusammen haben... Dauert noch. So, passt auf jeden Fall jetzt auf. Immer Obacht. Ich Ward hier mal. Was kauft ihr euch denn jetzt eigentlich? Ähm... Spirit Visage brauchst du auf jeden Fall. Ja, Spirit Visage. Und ein bisschen Scepter. Ja, wir müssen erstmal ausreißen. Das höllische Scepter. Keine Ahnung. Boah, jetzt sind die auch so schnell, ey. Äh, du brauchst mal Schuhe, David, ne? Ja. Seht's ja doch. Umso näher man dran steht an der Kuh, umso schneller kommt's runter. Bam. Stimmt's. Aber wir können nicht so nah dran, weil das uns... Ja, ja. Weg mit dir. Ja, der ist aber wieder. Ja, geht einfach wieder unter den Tower. Guck, guck, guck hier. Ja, einfach immer über die Wandböller. Lord. Der kriegt ab, ey. Die kriegen schon ordentlich auch Schaden. Wir dürfen nicht hier gegrouped stehen. Wenn die hier ein Ward haben, sind wir am Arsch. Ja, deswegen wardet mal lieber rüber. Die haben hier ein Ward. Okay, dann passt auf. Okay, aber nicht zu weit. Wir Deffen nur. Wir gestalten das Spiel nach unseren... Ja? Jetzt haut die Wave da weg. Bam. Aber nicht zu viel wollen. Nicht zu viel wollen, Kutscha. Nee, ich will gar nichts. Du bist direkt wieder gehealt hier. Danke, danke. Bitte. Schöner alles wozu. Ich hab Star Wars hier. Schöner alles wozu. Ja, Laserschlacht, Junge. Die Laserschlacht von... Guck, die Jungs müssen es wieder anhaben. Pass auf, die wollen, die wollen. Was wollen sie? Was? Auch immer so eine Silence-Reihe machen. Da unten, genau. Hier sind Wardets. Die Warden müssen wir knieren. Ja, der ist weg. Das ist weg. Achtung, die suchen. Ja, gar nicht erst zusammenstehen. Ich komm nicht weiter. Voll anstrengend gerade. Ja, super. Die sind richtig verzweifelt. Man merkt das. Dürfen Taktik. Machen nix. Oh, den hättest du hier aufheben sollen. Nee, hab ich noch drei. Achso. Ja, ja. Ja, ja, armählich wird das besser. Und wenn die alle Flash-Ult sind, wird zwar gefickt, aber... Nein, nein, nein. Flash-Ult. Oh, oben, oben, Leute. Da komm wieder so rein. Ja, Bot auch, Bot auch. Ich hab die P-Up, ich geh mal Bot. Ja, dann geh ich top. Ich hab auch die P-Up. Ja, push nur kurz raus, ey. Die können euch ja übel krass abholen. Ich geh mal kurz back. Ja, ich mach nur die Wave-Back. Das geht echt mal. Wir können halt jetzt easy clearen, so. Wir dürfen uns einfach nur nicht mit der Ult erwischen lassen. Oh, warte. Ich warte noch, bis die Wave von mir hier oben ist. Dann bin ich nicht so unsicher. Alter, ist das ne fette Wave. Die machen jetzt aber Baron, oder? Kann das sein? Nee, glaub nicht, oder? Könnte sein, dass die da zum Schritt sind. Oh, Ulti, Ulti. Äh, ey. Gleich geplatzt. Ja, da... Keine Chance. Das war auch der, der Full-AP hat. Aber wenn der Ult nur für einen macht, dann ist das eigentlich okay, irgendwie. Ja, außer wir brauchen wieder anderthalb Minuten, bis wir... Weil, wenn der mit Full-AP... Ja, die geht Baron, glaub ich. Nee, die gehen zu dir hoch. Nee, die gehen für mich, oder? Ja, die gehen zu dir hoch. Nee. Was machen die? Nee, ist hier. Die haben hier gewartet. Okay, den können wir machen, los! Was ist mit ihm los, Alter? Keine Ahnung. Der hat keinen Bock mehr. Ulti! Der hat keinen Bock mehr. Der hat keinen Bock mehr. Ja, hast dich überschätzt, Alter. Du, kleiner Homo. Du, kleiner Homo. Äh... Dingsboost. Anti-Resisboost. Weil die E macht ja überhaupt gar keinen Schaden an Vasallen. Nee. Überleg mal warum. Oh fuck. Oh, Vorsicht. Da brauchen wir wischen. Ich war da mal. Ja, deswegen. Alles gut, alles gut. Lass mich ja lang. Ihr habt doch hier jetzt, Mann. Junge, sorry, Alter. Eine Schreierei hier immer. Ich werd noch nicht laut! Immer wenn einer ein bisschen zu nah kommt, direkt Silence. Direkt ein Q rein. Hiel mich mal, David. Oh, der sitzt. Oh, pass auf, die wollen. Warum? Ha! Oh! Oh, oh! Jetzt... Nein, David! Warte, warte, warte. Wer warte denn? Der will, der will! Alles okay, die haben nichts mehr. Pass auf, doch, die haben noch vier Olds. Nein, ne, ne. Vier Olds haben wir. Okay, dann ficken wir die jetzt. Auf geht's, oder? Guckt ihr den hier an? Nee, ruhig, ruhig, ruhig. Solang... Ich seh nichts! Da! Die können wir machen! Mich wär hier. So, warte. Nee, nicht zu weit raus. Du haltst dich halt viel krasser, wenn du mit deiner Kuh triffst, halt, ne? Naja, in dem Sinne. Guck hier, Anna! Vorsicht! Der ist getan rein, der ist getan rein. Ulti, Ulti ist raus! Was ist deine Ult, oder was? Meine Ult. Ult hab ich raus! Kein Problem, kein Problem, kein Problem! Ich bin tot. Healt, Leute! Healt, healt! Ja, ja. Die kommen nicht durch, die kommen trotzdem nicht durch. Ja, die kommen nicht durch. War nicht so schlecht. War schon besser als vorher. Ihr müsst in den Fights immer sofort Heal spammen. Sobald ihr das ready habt, einfach die ganze Zeit W spammen. Da ist einer bei den Wölfen. Oh, Lord! Oh! Healt! Oh! Healt! Okay, der eine ist ziemlich laut. Oh, Alter. Oh, 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 eh. Jetzt war er. 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 muss kommen wir an die kommen nicht durch durch die letzte taurein das geht hier kommen wir echt nicht ich glaube ich habe ich habe ihn töten hier ich hier ist einer super low aber du bist jetzt natürlich das hier kommt lieber hier die position zweiter wurden so ich hole mir jetzt noch mal ordentlich ap vibriert ein handy ja ja weil er ruft an aber ich kann jetzt nicht hier ist krieg genau lager und kronk und sarah zahl rufen an die müssen warten wer sind die die spieler keine lol sie sind doch nur begeistert so märz war zu machen was auch ob es mir warum bist du da man ja nicht kriegen wir haben jetzt hier machen wir das machen wir jetzt attacke hier ruhig ruhig bleiben so wie vorher kann mich keiner hier ja schade ja meister ich werde jetzt silence und rüber ballern mach den weg und 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 wo alle wieder da hier denn hier ja wie denn hier ich dachte kurz wir halten gegen alle ich dachte aber es war einfach nur eine ruppel macht es ruppel er hat die klappe ruppel macht es ich sehe es da war es fast richtig in den boden gedreht das hätten die eigentlich schon die ganze zeit machen können die haben uns einfach nur beraten lassen das war nur durchgegarten aber es sah gut aus wir haben alle am leben gehalten schneide ich einfach raus und dann so zack ja hier war jetzt aufnahmefehler tut mir leid aber kommt ein innen ist kein innen ist so wirklich gratis fahren ja danke mit g schreibt anders so ist es analfabrik so ist es analfabrik durch ich habe jetzt analfabrik analfabet ab zum drachen los ja berlin 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 ich bin diamond ich weiß was ich sage ich bin ich ihr naps alter was heißt ihr naps ich habe zu dritt zu dritt ich höre auch immer an silence silence ja kann ja keine spätswirken das läuft gut ohnehin AD carry ja oh gott die kommen alle zu mir kannst du die einmal zu stippen ja also läuft gut ich habe kein ich stelle ein wort ich habe kein wort ich habe Ulti rausgeholt echt klappt ja der hat kein schaden wir kommen bisher wir bauen keinen mana weiter lol der schwerste barrier den ich je gemacht hab ja einfach nur wenige wen nicht mehr Qn ok jetzt könnt er wieder Qn nein da kommt wer neeeeeee looool looool die Hurentüge ein und die alle hier platzt der beendet aller was sind das für drei ja mann kein 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 peter bekommen ist das dumm das wäre das comeback gewesen das wäre es gewesen ja hätten wir mal auf beiden seiten wir wenig von anfang an mit so ist es so ist nämlich dann hätte vielleicht den berlin noch zwei prozent mehr schaden gemacht nein wir hätten 100 pro gehabt und dann wäre schon weg gewesen aber ich habe noch nie so lange am berlin gestanden ja das war eine weite runde one for all haut rein ciao ja 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 ja